Der Suzuki Jimny Special ist der richtige Gefährte für Fischer und Jäger. Kompakte Aussenmasse und ein übersichtlicher Innenraum sind Voraussetzungen für den Off- und On-Road-Bereich. Fürs Gelände gibt es einen zuschaltbaren Allradantrieb, sogar mit Untersetzung. Für Sicherheit sorgen ABS, höhenverstellbare Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer sowie SRS-Fahrer- und Beifahrer-Airbags. Den Jimny Special gibt es ab 15.490 Euro.